Du, ähm, an welcher Körperstelle, also ich kann jetzt nichts für diese fragen, ja natürlich, an welcher Körperstelle wachsen dir keine Haare? Wer hat das gefragt? Wer? Wer? Ist das dein Publikum? Ja, 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 guck mal, jetzt meldet sich wieder keine Sau, das ist ehrlich. Da wo nix ist, bist schon du daran schuld, dass da nix ist, oder? Also ich hab, ich hab, also, also da wachsen natürlich Haare, aber das... Ich hab so'n Pusch, versteh ich, also ne, was soll ich sagen, alle Leute, ehrlich. Ja, das muss man jeden Tag machen, fast. Also, weil ich bin da, da kommt die türkische Seite raus von mir, ich wach auf und ich seh nur noch hoher. Ja, ich geh jetzt mal nicht drauf an, sonst bin ich es wieder, weißt du. Welches wirklich peinliche Lied hörst du wirklich gerne? Peinliches Lied? Ja. Atemlos. Aber die türkische Version. Atemlos. Wie viele Gummis brauchst du für deinen Pferdeschwanz? Ja, ja, ja. Wie viele Schlüssel! Wie gefällt mir! Zwei. Aus Sicherheitsgründen. Also, es ist doch alles schlüpfrig. Ich wundere mich doch ein bisschen. Das sind alles Drecksäu, ja, alles. Ja, 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 wie versaut ihr seit Wachthof Heidelberg. Ja, Stuhlkreuz, wir haben die Universität. Wer kommt noch? Ich hab...